Guten Abend, meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem Abend, die deutsche Seele. Wo bin ich? In Deutschland, im deutschen Wald. Ich bin der Welt abhandengekommen, mit der ich sonst so viele Zeit verdorben. Wir haben euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass! Hoch über alle Welt, heb stolz dein Haupt, du alte deutsche Eiche. Hör sie! Selber Nazi. Ich will meine Seele tauchen in den Käsch der Lieder hinein. Die Lieder soll kriegen tauchen, ein Lied von der Liebsten meint. Das Lied zerschauern und bilden. Ich will Tilo Sarrazin und Deutschland schafft sich ab. Ich bin Hans-Dietrich Genscher und wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausgabe ist. Ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Himmel und Erde und Wind und das von den Menschen Geschaffene kann bleiben. Nur das Geschmeiß, das Pack, das kann nicht bleiben. Danke, Deutschland. Wenn einst die Freiheit in der ganzen Welt verloren ist, wird sie ein deutscher Träumer in seinen Träumen wiederfinden. Ich bin Ai, ich bin die Tochter von Yoshinori und Leck und die Enkelin von Kenji, Mitsuko, Katsu und Sumiko. Ich bin Miriam, die Tochter von Joachim und Christiane und die Enkelin von Almut und Alfred, Christliebe und Traubert. Ich bin Jana, die Tochter von Valentina und André und Enkelin von Vera, Luba, Michael und Sergei. Ich bin Felix, der Sohn von Beate und Axel, der Enkel von Gisela, Bernhard, Margret und Werner. Sandra, ich bin heavenly. espald wurde sealed der Rezepte Flublade. Untertitelung des ZDF, 2020